ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber in die xstation und natürlich auch in den vollbildmodus und wir fangen heute mal mit dem bitcoin an wir sind im wochenchart und die kryptowährung prallt jetzt nach einer kurzfristigen schwächephase an dem langfristigen ausbruchsniveau bei 25.200 dollar ab hier gab es einen wichtigen hochpunkt von der abwärtstrend struktur zwei tests und dann der ausbruch und zu diesem bereich kommt der coin jetzt rück also ein klassischer retest diese reaktion kombiniert mit einem nachhaltigen anstieg über das zwischentief bei 26.481 dollar könnte also mehr käufe anlocken und da der trend übergeordnet noch aufwärts gerichtet ist ist das erste übergeordnete kursziel das jahreshoch bei knapp 31.000 dollar wichtig ist aber dass jetzt dieser bereich hier per wochenschlusskurs auch verteidigt wird wir gehen rüber zum nasdaq future der index setzt die rallye in dieser woche ungebremst fort und jetzt ist der nächste wichtige widerstand nur noch knapp sechs oder immer noch sechs prozent entfernt das ist natürlich eine ordentliche strecke 16.304 punkte und je stärker der markt steigt desto mehr nimmt natürlich auch die korrekturanfälligkeit zu aber ob es short signale gibt das bespreche ich unter anderem auch in meinem video von heute morgen schaut auf jeden fall mal rein den link gibt es unten in der beschreibung wichtig ist jetzt die reaktion an dem hoch vom märz 2022 bei 15.268 punkten danach können das relativ schnell bis zu dem vorwochen hoch gehen bei 14.494 punkten da der aufwärtstrend aber noch intakt ist sind rücksetzer oder korrekturen eben neue einstiegsmöglichkeiten um dann dieses vorhin genannte ziel zu erreichen der dax future steigt in dieser woche auf ein neues rekordhoch und da auch hier der aufwärtstrend intakt ist und die saisonalität mitspielt zumindest bis mitte juli ungefähr ist ein ja eine solche trend ist eine solche trendbestätigung jetzt auch keine wirkliche überraschung das alte rekordhoch dass im letzten monat nicht nachhaltig geknackt werden konnte bei 16.294 punkten stellt jetzt die wichtigste kurzfristige unterstützung dar 17.000 punkte markt ist auch nicht mehr weit entfernt und da könnte der abstand jetzt einfach in den nächsten tagen oder in den nächsten wochen weiter verringert werden wir möchten messen es mal ganz kurz ab die strecke beträgt aktuell knapp 3,3 prozent euro dollar baut die gewinnserie für einen vierten handelstag in folge aus und es wurden jetzt zwei wichtige kursziele abgearbeitet und zwar das zwischentief bei 108 48 und auch bei 109 42 der anstieg kann jetzt als neue aufwärts impuls interpretiert werden wir haben ein anstieg eine gegenbewegung einen neuen anstieg vier fehlausbrüche bei 1 10 33 die gegenbewegung und jetzt der neue anlauf und das könnte bedeuten dass jetzt zum fünften mal die 1 10 33 getestet wird möglicherweise dann in den nächsten wochen wer den markt ja short handeln möchte der sollte eben auf diese reaktion bei 109 42 darauf schauen und dann könnte der markt durchaus noch mal in richtung 107 87 zurücklaufen aber auch da gibt es für beide richtungen setups in meinem video der goldpreis verteidigt zum zweiten mal in drei wochen das tief bei 1934 dollar wichtiger tiefpunkt gewesen fehlausbruch nummer eins und möglicherweise auch fehlausbruch nummer zwei sollte die verteidigung dann auch per wochenschlusskurs bestätigt werden dann könnte könnten die bullen nach der korrektur auf einen boden setzen und eben auch den beginn eines neuen aufwärts impulses wirklich bullisch wird es dann aber auch erst wieder oberhalb von 2.000 dollar und 77 cent euro wti noch abschließend die öl sorte kehrt über zwei wichtige zonen zurück einmal über das vor wochentief bei 69 dollar und dann gab es viele berührungspunkte bei 69 91 und diese beiden bereiche wurden zurückerobert und wenn diese bereiche eben nach wie vor halten sollten dann könnte der widerstand bei knapp 74 dollar getestet werden hier gab es viele berührungspunkte und insgesamt hatte ich mich auch recht bullisch gezeigt warum letzter hochpunkt richtungswechsel starke korrektur und jetzt versucht der markt sich eben zu stabilisieren und eben zu fangen und zu sammeln für möglicherweise einen neuen aufwärts impuls das war es von mir viel erfolg für heute und lasst vor allem auch einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal